Frauen-Fitnessfigur-Klasse und der Frauen-Physik-Klasse und da bitte ich auf die Bühne unsere Elite-Proathletin, die Sabine Simizopoulos ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen und von unserem Sponsor der Firma TopTang, die Corinna Krenor, bitte da sind sie, unsere Top 6 in der Frauen-Fitnessfigur-Klasse der 6. Platz geht an die Startnummer 76, Jenny Vogt von der Nutrition Lounge in Hamburg bitte auf meine Seite kommen der 5. Platz geht an die Startnummer 74, Neda Azadka von Béja Fitness Platz 4, die Startnummer 72, Dorothee Mast von Classic Gym Dortmund der 3. Platz für die Startnummer 82, Karolin Käser vom Team Riedstadt Vizetitel Platz 2, die Startnummer 78, Christine Callus von der BW Sportnahrung somit Siegerin, internationale deutsche Meisterin von der New Fitness World in Penzberg die Startnummer 81, Sanita Bahadori der BW Sportn Ray Debbie Applaus Rose Applaus Hu林 Flam Hu 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 Nochmal ein schönes Gruppenbild für die Fans und Medienvertreter hier im Saal. Sie denkt halt alles hier. Siegerin heute hier in Bochum, internationale deutsche Meisterin der Frauenfitnessfigurklasse 1, Samita Bahadori. Bitte hinter der Bühne bereit halten für das gesamte Geschehen gleich. Kommen wir zur Siegerehrung in der Frauenfitnessfigurklasse 2. Das sind die Athletinnen, die ein klein wenig größer sind, genauer gesagt über 1,65 Meter. Platz 6 für die Startnummer 92 Monique Heckenthaler von Eisenmacht Schöne. Platz 5 für die Startnummer 90 Melanie Watscher vom Team Fit Giant Groß-Karolienfeld. Platz 4 für die Startnummer 96 Stella Willanzen von der BW Sportnahme. Platz 3 für die Startnummer 94 Leslie Burkhard von Bobby Friedmannheim. der Vizetitel Platz 2 für die Startnummer 87 Karina April vom Klotz Fitness in Gießen. Platz 4 für die Startnummer 19 Siegerin Platz 1, internationale deutsche Meisterin Laura Meusel vom Bodybuilding-Verein Waldorf. Platz 4 für die Startnummer 19 Siegerin Platz 1. Laura, was machst du? Laura, so stark! Die Finalistin in Frauen-Fitnessfigur Klasse 2 Die Top 3 Und die Siegerin für das Siegerfoto noch einmal alleine, die Laura Mäusel. Herzlichen Glückwunsch! Laura Südloch! Bitte bereithalten, Laura! Du kannst dann gleich noch einen Gesamtsieger stechen. Wir kommen zur Siegerehrung in der Frauen-Physik-Kategorie. Die Damen, wo wir auch die tollen Posing-Darbietungen gesehen haben, die schönen Kürvorträgen. Der 6. Platz geht an die Startnummer 102, Patricia Mose vom Outback Gym Mainz. Platz 5 für die Startnummer 103, Saskia Hagemann vom Bodyfit Mannheim. Platz 4 geht an die Startnummer 100, Franziska Lüther vom Landesverband in Berlin. Der 3. Platz, Bronzemedaille für die Startnummer 105, Susanne Schramm vom Outback Gym Mainz. Der Vizetitel geht an die Startnummer 99, Kerstin Telker von der Horde of Cross Sport in Hattingen. Und somit noch im Bühnenhintergrund die Siegerin Nicole Nürnberger von der Nutrition Ranch in Hamburg. Herzlichen Glückwunsch, internationale deutsche Meisterin in der Frauen-Physik-Kategorie. Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß beim Feiern. Herzlichen Glückwunsch.